Iran gegen Israel – Angst vor neuem Nahostkrieg wächst In den letzten Wochen hat sich die geopolitische Lage im Nahen Osten erheblich verschärft. Insbesondere die Spannungen zwischen Iran und Israel haben alarmierende Ausmaße angenommen, was bei internationalen Beobachtern Besorgnis erregt. Analysten warnen davor, dass die Möglichkeit eines neuen Konflikts in der Region zunehmend realistisch wird. Der Iran hat seine militärischen Aktivitäten in Syrien intensiviert, wobei berichten zufolge die militärische Präsenz in der Nähe der israelischen Grenze ausgeweitet wurde. Quellen aus dem militärischen Bereich erklärten, dass Teheran regelmäßig militärische Berater und Waffenlieferungen in die Region entsendet, um militante Gruppen wie die Hisbollah zu unterstützen. Diese Schritte würden darauf abzielen, die militärische Kooperation zwischen dem Iran und seinen Verbündeten zu fördern, was Israel als direkte Bedrohung empfindet. Israels Regierungsvertreter haben sich mehrfach zu den iranischen Aktivitäten geäußert, wobei sie feststellten, dass das Land bereit sei, militärisch zu reagieren. Sie hoben hervor, dass Israel nicht zulassen werde, dass der Iran seine Militärpräsenz ungehindert ausbauen könne und dass Präventivschläge gegen iranische Einrichtungen in Syrien in Betracht gezogen würden. Beobachter der Situation sind sich einig, dass der Konflikt zwischen diesen beiden Staaten schnell eskalieren könnte, wenn keine diplomatischen Lösungen gefunden werden. Zusätzlich zu den militärischen Spannungen zeigt sich im politischen Raum ein besorgniserregendes Bild. Die iranische Führung hat wiederholt erklärt, dass sie entschlossen sei, ihren Einfluss im Mittleren Osten auszubauen, während Israel in seiner Position als regionaler Akteur nicht nachgeben wolle. Internationale Diplomaten argumentieren, dass die Unterstützung des Westens für Israel und die fortgesetzten Drohungen aus Teheran die Wahrscheinlichkeit eines Konflikts weiter erhöhen könnten. Die politische Rhetorik auf beiden Seiten hat sich verschärft und droht, jegliche Möglichkeiten für Verhandlungen zu vereiteln. Die israelischen Behörden berichteten, dass mehrere Raketenabschüsse aus dem Gazastreifen eine akute Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Dies habe zu einem Anstieg der militärischen Mobilmachung in der Region geführt. Der Iran seinerseits kommuniziert über seine Staatsmedien, dass jegliche militärischen Angriffe auf sein Territorium als Kriegserklärung betrachtet würden und dass diese entsprechend beantwortet würden. Analysten fordern eine verstärkte diplomatische Initiative, um die Spannungen abzubauen. Der derzeitige Zustand, in dem beide Seiten ihre militärischen Möglichkeiten demonstrieren, könnte einen gefährlichen Wendepunkt darstellen. Es gibt Hinweise darauf, dass die internationalen Akteure, insbesondere westliche Länder, ihre diplomatischen Bemühungen intensivieren müssen, um einen möglichen neuen Krieg zu verhindern. Die Historie der Konflikte in der Region zeigt, dass oft kleine Zwischenfälle weitreichende militärische Auseinandersetzungen auslösen können. Die Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran und die Fortschritte in der Region scheinen nur vor übergehende Lösungen zu bieten, während sich die grundlegenden Spannungen zwischen Teheran und Jerusalem weiter verhärten. Solange keine dauerhaften Lösungen gefunden werden, bleibt die Gefahr eines neuen Nahostkrieges eine ständige Bedrohung für die Stabilität der gesamten Region. Die Weltgemeinschaft muss wachsam bleiben, um sicherzustellen, dass ein neuer Konflikt nicht nur im Nahen Osten, sondern auch darüber hinaus weitreichende Auswirkungen haben könnte, die weltweit spürbar sind. Autor Anita Farke, Dienstag, 6. August 2024